Ich glaub nicht. Gott, zwei. Alter, es ist scheiße, wenn man das Schwert aus Versehen mal aus seinem Inventar rauspackt und der Tommy dann kommt. Ist doch heftig, wieviel Schläge die brauchen. Alter, ein bisschen scha... Hallo, hier ist ein riesen Loch in meinem Haus. Bist du befeuert? Was ist denn jetzt mit der Katze? Ich? Ich? Ich hab da noch einen Fisch gegeben. Warum ist die jetzt nicht... Wieso ich? Gezählt. Ja, sie ja. Wieso ich denn? Ja, weil du mein Haus gesprengt hast. Nein, das war vor einer Stunde. Ja, bin ich jetzt aber erst wieder da. Du warst, du bist doch eben schon durchgelaufen. Ja, genau. Seitdem hab ich nichts mehr gemacht. Alter, hier ist ein riesen... als ob wir 25.000 Creeper explodiert hätten. Ey, das war ein Dynamit und du bist eben da durchgelaufen. Na, es ist aber erst explodiert, nachdem ich da durchgelaufen bin. Ja, aber du hast es doch auch explodiert. Oh, so der Scheiß. Du hast ja eine Richtung nur geguckt. Ja. War seitdem ich nicht mehr in deiner Bude drin. Oh, der Scheiß. Das fehlt mir jetzt noch. Bei Eier. Weizen, top. Da ist noch was. Da müssen der Zombie jetzt hin, nach vorne. Nimmst du jetzt schon auf, Marc? Jetzt, ja. Na, wir brauchen, glaub ich, 15 Regale, ne? Hm, ich glaube. Okay, das sind recht viele, die wir dann noch brauchen. Ah, der wachst schon wieder Lian in mein Haus. Ich tu ja mein Bestes, um die Viecher mal zu... ... snacken hier, aber... ... schau. Ja, ja. Erstmal hier... ... ein bisschen Licht machen, damit die Viecher nicht mehr auf meinem Boots bauen. Wo ist denn hier ne Spinne? Ich hab doch gerade eine gehört. Ah, ich hab das Schild gesehen, nun. Endlich. Irgendwo auch ein Enderman, glaube. Alter, willst du mich verarschen? Was denn? Ja, meine ganze Bude explodiert von vorne bis hinten, egal wo ich hinlaufe. Das bin ich aber nicht gewesen. Kannst du dir meine Aufnahme gerne angucken. Aber das ist geil, ne? Wenn man aufnimmt, dann kannst du mir gar nichts. Siehst du ja, wo ich ja gelaufen bin. Nice. Me gusta. Inwiefern explodiert denn deine Bude? Ja, die wird immer größer, ohne dass ich hier nicht raushöhne. Nein, ich meine... Sind da Creeper drin, oder was? Ja, was weiß ich. Gerade hat es so wieder... ... bumm. Ihr habt eben einen Dynamiter reingelegt. Wie geil ist, wenn man sich ins Bett legt, und dann sieht man die ganzen... ... das Zeug, was man schon geschrieben hat. ... und dann steht da überall nur... ... Bild versucht in Lava zu schwimmen, Bild versucht in Lava zu schwimmen, Bild versucht in Lava zu schwimmen, Bild würde von Zombie erschlagen. Was soll ich nur machen mit diesem Jungen? Ah ne, da geh ich doch nicht so auf die Eier. Da sind ein paar viele Skelette. Ja, wir brauchen mehr Scheiße hier von allem. Na. Ey, die Hühnerfarm, die geht ja gut ab eigentlich. Kann man sich ja nicht beklagen. Voll verarsche, ey. Ich hab eben ne Katze gezähmt, aber die... die wurde nicht zu Katze. So, Markus, du müsst doch normalerweise schon eigentlich Level 40 sein, oder? 35. Wo war nochmal das Gehege? Welche? Da. Da. Du stirbst jetzt. Ah! Es flieht! Jetzt erkennt man aber wenigstens, wo man her muss. Mann, das sind viel zu wenig Kühe, das ist doch Scheiße. Was erkennt man, wo man her muss? Ja, jetzt, wenn da unten ne... Achso. Ist grad Tag oder Nacht? Tag. Bist du nicht zu Hause, oder was? Bitte? Nur wieder in der Mine? Nee, ich bin zu... Ich war grad in meinem Häuschen. Aber ich muss mal eben Holz sammeln, weil ich brauch ne... ne Hau. Ne Hure? Mh. Ach, kann das Weizen mal weiter wachsen, bitte? Guck, willst du Knochen mehr? Wächst das damit? Ja, sicher. Echt? Ja, sicher. Oh mein Gott, seid ihr Affen ey, ich hab die ganze Zeit Knochen und keiner sagt mir was. Hast du das doch schon für die Bäume eingesetzt, ne? Ja. Hast du doch denken, dass das für das andere auch geht? Nicht unbedingt. Erstmal, dass ich damit die Eier eingecremt hab. So logisch ist Minecraft aber nicht. Zum Beispiel, warum brennen dann zum Beispiel... Du kannst Fackeln überall hinsetzen und es wird nie irgendwas abbrennen zum Beispiel. Nooo, mir kommen die ganzen verfickten Creeper in mein Haus. Das ist bestimmt Spawner unter deinem Haus. Jetzt ist zumindest mal schon mal wieder geklärt hier, dass ich da nicht hinter stecke. Die Bude ist hell bis zum Geht nicht mehr, ne? Ja, die werden von deinem Geruch angelockt. Ja. Stinky. Huhn, bist du grad in der Nähe? Nee, ich erkunde grad die Welt. Bisschen weiter. Weil ich jetzt nämlich... Ah, haben wir jetzt viel Weizen? Nice. Ich mach gleich ein Brathähnchen-Stand auf, ey. Ich hab so viele Hühner abgeschlachtet gerade. Na, wir hätten das Problem mit den Kühen. Ich will doch am Anfang nicht von der Schweineinsel die ganzen Kühe gefrackt hättest. Es war ja nur Schweine drauf. Es war ja immerhin die Schweineinsel. Ups. Ich muss hier erstmal wieder ein bisschen... So. Jetzt werd ich... Jetzt werd ich Kühe fahren gehen. Willst du damit? Was? Ja, so quasi Kühe... Äh... denen das Weizen geben. Und zwei Leder hätt ich im Angebot. Ja, so langsam haben wir ja schon mal ein paar Kühe zusammen. Braucht wer Birkenholz? Soll ich was mitbringen? Ja. Braucht wer Birkenstock? Ja. Ich nehm mal, warum ist was mit. Holz geht immer. Ja, gib mir mal eben die zwei Leder, wo bist du denn? Die Brücke hol... Da hin. Kann ich nämlich jetzt schon mal ein drittes bauen. Können wir nochmal hier die Wölfe zähmen? Knochen. Nein, Knochen. Wo bauen wir denn mal den Verzauberungstisch hin? Äh, Huhn, kann ich den in dein Haus bauen? Kannst du machen. Ich opfere dafür ja auch immerhin einen Diamanten. Eben gucken, wo die Kasa der Huhn denn hier war. Die Klingel benutzen? Da, 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 da. Hast du kein Crafting Table in deinem Zimmer? Äh, ne anscheinend nicht. Jetzt schon. Na, der neugierige Markus muss ich auch... Mhm. Wie baue ich denn nochmal einen Crafting, ähm, Zertauberungstisch? Keine Ahnung. Ist ja immer du gebaut, musst in der Mitte nicht ein... In der Mitte Bücher und oben und unten Holz und irgendwie so ein Scheiß, oder? Warte mal, ne, ne, Bücher, Bücher doch nur eins, oder? Warte, ich guck jetzt eben nach, scheiß drauf. Ja, aber scheiß drauf. Ähm... Verzauberungstisch, und? Hat jetzt einen gezähmt? Nee. Wird zählen, zählen. Oh, zwei Diamanten. Ich kann keine Tiere zähmen, irgendwie. Markus, hast du einen Diamanten mit? Zehn. Hä? Zehn. Hast du einen mit? Zehn. Ja, ich brauch einen. Warte. Ausnahmsweise. Ja, warum du es doch... Du kannst doch mit benutzen den Tisch. Ausnahmsweise. Moment, ich muss ja immer das entsetzen. Mit deinem Hintern wund. Oh, ja. Putz. So. Jetzt kommen wir mal. Eins, zwei, drei, vier Obsidian. Aha. Brauchen wir nur noch ein bisschen Platz da drumherum. Wo willst du denn hinbauen? Bei ihm? Hab schon. Von da rein. Was so? Was so? Aber nur gut, drei Bücherregal sind natürlich so ein bisschen wenig, ne? Nee. Ja, musst du auch rundherum, oder nicht? Ja, aber wenn ich nur drei hab. Oh, ich glaub ich hab ne Stadt oder ein Tempel gefunden. Bring Dias mit. Ein Tempel. Wo bist du denn gerade? In der Wüste. Pass aber auf, dass du nicht da reinfällst. Ja, Koordinaten. Ja, ja, da sind immer Fallen drin, ne? Ja. Ja, reinfallen nicht, aber wenn der ganz unten ist, ist es eine Logplatte mit... Ist ja ne Falle. Koordinaten sind minus 327, minus 645. Ich meine Falle, wenn sie sich von runter springen. Ich meine Falle, wenn sie sich von runter springen. Guck mal. Was? Minus? Äh, minus 645. Soll er sich jetzt da hinschieben? Nein. Erstmal Waypoint gesetzt. Nochmal, wo? Minus? Minus 300, äh, minus 333, minus 645. Minus 600? Ja. Ah, das ist mir zu weit. Wir gehen mal ein bisschen auf Expedition. Muss hier nur aufpassen. Hm? Was? Was war immer? Druckplatte in der Mitte, das, oder was? Mhm. Und dann? Fall ich in der unten, oder wie? Was? Nee, dann nicht kontrolliert alles. Nee, dann fällt in das Loch rein und dann ist die Druckplatte. Die Druckplatte ist ganz unten. Genau, die Druckplatte ist ganz unten. Wenn da, wenn du gefallen bist, ist es eh zu spät. Aber die Druckplatte ist ganz unten in der Mitte. Oh fuck, jetzt muss doch noch Gewitter. Gewitter! Wo? In Nois? Ach, da unten. Alter, diese Kekse bringen ja gar nichts. Komm mal, ich hab doch noch Leitern dabei, dann kann ich doch da runter. Was sagst du, wenn jetzt irgendwer so ein Creeper hier meine Melonen sprengt, ne? Dann dresch ich, ne? Mehl oder was? Banana, banana. Vor allem, wenn du da Dingesmehl draufschmeißt, dann wachsen die nur eine Stufe weiter quasi. Was hast du denn? Wer? Was? Ich, oder was? Ja. Ich will gerade oben im Bau Holz sammeln. Ich brauche noch Tropen Holzbretter, um mein Haus fertig zu bauen. Die liegen nämlich irgendwo mittlerweile unten in der Nahe, weil die Resten nicht in der Nahe sind. Oh Gott. Bitte vermehrt euch doch mal. Hm. Wie ist denn das so schwer? Müsste mal einfach den Bild, müsste mal einfach den Bild fragen, den alten Reinstecke-Fuchs und dann... Hm. Ich hab das schon. Warte, nur bis du meinen angesetzt hast. Bitte! Ich hab nen Sattel gefunden. Hm. Das heißt, ich kann auf Schweinen reiten, ne? Hm. Und auf Pferden. Und dann hol dir den Seudor mal ran. Boahhhh, Creeper... Oh... Ich hätte Blud's Bude sein können... Hm? Alter, war auf, weil der Fall hat die Schuss an Toll jetzt Nacht alles voller Gegner in der Wüste und ich mittendrin Ja da seh ich wohl noch Ach da hinten bist du Ja, das war mein Minecraft. Alter, hab ich wohl die Zombies hier. Und tschüss. Nee. Abgeschmiert. Das ist schon mal manchmal. Fliegt einem gut, dass wir nicht... Alter, das kommt davon, wenn du Wasser immer in den Hausschüttest, du wickst. Oh, die Hage. Nein. Ich war doch gar nicht mehr drauf. Das kommt durch den Regen. Oh, du musst doch alle Küsten leer machen da unten, ne? Ja, waren da noch welche? Vier Stück sind da immer. So, ich hatte doch anderen leer gemacht. Schalt's auf mit der Scheiße. Boah, fuck, ey. est du, das ist schon mal richtig. Junge, ich hab dann noch soıkre was. Böööööö.. Alter, so schwer ist hier drüber. Ey, jetzt zum will ich bei Lohls parteinya. Alter. Ich muss sie eben lassen. Alter, warum verschwindet das Wasser denn? Viel zu viele Gegner. Wo ist denn du da jetzt? Ich bin draußen. Erkennt man irgendwo wo die... Ach, da ist Hunger. Wodran willst du das erkennen? Weiß ich nicht. Ah, ich hab's. Das Wasser ist weg. Ja, weil ich überall Blöcke gegen gesetzt hab und das Wasser nicht wegkriegt. War hier auch ein Dörfchen? Oder nur der Tempel? Also ich hab bis jetzt nur den Tempel gesehen hier. Aber hier können wir weiterlaufen. Vielleicht ist hier noch was. Ah, da ist noch ein Zeug. Man kann einen Teppich machen, man trinkt einen Teppich. Kannst schmücken. Alter. Da sind so viele Gegner in der Kackfüste, ey. Ja, der hat eine Kackfüste. Was ist denn für ein Arsch? Er kann sogar Schweine mitzüchten. Ja und? Nützt ja ja nichts. Oh fuck'n Ender. Ey mach Karl bitte. Ich glaub da... Wollen wir den platt machen? Mach den mal bitte platt. Wo ist der Enderman, weil... Hinten. Ich hab grad den Melonen im Office. Ich seh nicht was. Da sind nicht nur einer, da sind drei. Ey, dann mach mal bitte platt. Ich seh nur einen. Ach, da hinten sind auch noch welche. Lass auch hier den einzelnen machen. Ach ne, der ist weg. Kann ich wieder die Melone absetzen? Äh, den... Kürbis. Wozu? Ist doch scheißegal, wenn du den anguckst. Nein. Klar, du kannst lieber nichts. Perrbaun. 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 Ich hab mir vom Ur-Hast jetzt. Ur-Hast.